herzlich willkommen zu meiner folge auf der karte in thüringen wir werden heute wissen stoppen fräsen ich schaue nach dem ton und dann geht es weiter die musik ist ein bisschen aussehen geht schon aber da kann man nicht viel sehen ein bisschen ja gut ist es sich deshalb ein bisschen eingeschränkt und fahrzeug fester nicht da jetzt also licht haben wir genug können wir ein bisschen reinziehen die nacht jetzt kurzplätze fahren zu lassen wird teuer helfer wird dann bezahlt mit 50 prozent zuschlag das heißt jetzt selbst der mann gut wir wollen ja nicht düngen die 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 Leider müssen wir mal Stuppenverlies machen, dann werden wir irgendwann wieder rausspflanzen wollen. Das wäre ganz gut wenn die Stuppen weg sind, man den Bäumen würde da nichts machen, aber wenn wir später mal die Bäume fällen wollen, dann würden uns die Stuppen extra noch im Weg stehen zu den vorhandenen neuen, das dürfte ein bisschen jetzt, ne, ne, das ist ein bisschen das ist ein Hacknitzel, na gut, das ist eh nicht das wert. Das sind so ne Arbeiten, die kann man leider nicht den Hälften verlassen, aber gut. Ein bisschen stinkt noch. Weg. Ja. Ja. Hälften. G Cait. Hanne. Ja. Dia. das war unser fleck damit ich dann gehen kann ja Förder und Fahrer nehmen gleich mit für hier einen sauberen Abfluss kriegen, was keiner vergessen will ein paar Bäume stehen ja noch ich denke wenn wir noch ein bisschen Geld brauchen ein bisschen größer weg weg ist er machen wir die Fahrt noch frei okay okay Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung, ich habe noch Kaffee da. Schön frisch, nicht mehr so warm, kalt. Es wird noch mal eine Woche heiß, die Woche, um die 30 Grad. Naja, wir haben ja noch Sommer, ne? Ist ja auch normal. Das ist etwas. Das ist etwas. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen hacken runter. Aber es muss nur eine Bombe zu hoch auf sich haben. Das haben wir eigentlich nicht so oft. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. so noch ein paar bäume verkaufen noch schnell zum lkw laufen immer früh in den nassen sind schulden werden nicht so gut schulden haben wir sowieso aber trotzdem haben wir ja deswegen nicht wir fahren mal zur straße da können wir eher bäume das ist mir leichter zu holen da stehen wir bei jungen bäumchen wo der ton passt das ist für mich ein bisschen enttäuscht da müssen wir noch eine anzeige geben ja ein paar liegen nach jemals eine fuhr zurecht so etwa 3 meter dann kriegen wir die enttäuscht nach vorne hin die liegen alle quer das wird ungünstig so 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 wow so 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 Malabend. Ja, das tut sich ein bisschen schwer, brauchen wir sich auch nicht, keine ebene Gelände oder so, dass er nicht erfassen kann oder so. Er will nicht, gut, das nächste Mal halt. Zur Not können wir auch noch Dings machen, mit dem Radlader vorschieben, aber nur weil es hell ist. So, den Rest schieben da hinten. Ich werde auch nicht mal wieder lange Bäume nehmen. Ja, dann wollen wir nächstes Mal wieder füllen, ne? Plan aus und auf geht's zum Sägelwerk. Nicht so schnell fahren. Umfall, das muss grad nicht sein, ne? So, wenn die Menge passt, könnten wir mal um die 30.000 verdienen. Und dann können wir uns zur Ruhe legen und dann können wir morgen düngen. So, wenn nicht so schnell. Das ist ja auch noch, na ja, auch mal überall im Licht. So, da sind wir. Oh, ein paar. Fast 24.000 verdient. Ein paar haben auch so liegen, ne? Ja, ein paar noch. Ja. Mal den Gurt abmachen. Grüße. Haben wir alles erkauft. Jetzt können wir auch zum Hof fahren und zum Schluss einsteigen. Das müssen wir auch. Die Nacht entsprechend. Ausschlafen. So. Perfekt. Ich werde mal ganz kurz den Lenker prüfen. So. Das so. Naar uns bei gehen. Ja. Ist es, ne? Wohle verdienen. So, liebe Freunde und Landstuhl. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.